Ja, jetzt kommen wir zum verkehrspolitischen Teil unseres Programms. Sexuell immer weglassen aus anderen Gründen. Die biblische, die kirchliche, die mal nachstrichen. Kommen wir zum verkehrspolitischen Teil. Und dann wieder mitflatschen. Die biblische, die trinkt nur Bier. Wir werden sagen, weil ich dort nur immer noch mal vorkam. Und warum verkehrt sind sie nicht, sonst steckt hier ein Schein. Ja, ja, ja. Kommen wir zum Schildingerei, fahren wir zum Ortschill vorbei und schon blitz. Kommen wir zum Schildingerei, fahren wir zum Ortschill vorbei und schon blitz. 25 Stunden, 1 Stunden hat nichts nütz, so schuldig ist. Au! 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 Nagueapa und Schildingerei. 2 Stunden, 2 Stunden, ein Schildesbatter, in Deutschlandten. 2 Stunden, Junge伝 Duschill Grande, in Deutschlandten. 3 Stunden gampiointon, Alle stirhracticen. 25 Sturz, ein Spruch an die Sturz, ah Die säg den Scheißdreckens ab 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 Uh, laune Riss Die säg den Scheißdreckens ab Die säg den Scheißdreckens ab Uh, launa Riss